Ein Bügeleisen hat einen Widerstand von 120 Ohm. Wie groß ist die Stromstärke, wenn es an eine Stromquelle mit der Spannung 230 Volt angeschlossen wird? Angegeben werden der Widerstand 120 Ohm und die Spannung 230 Volt. Gefragt wird die Stromstärke, die wir in Ampere ausdrücken. Je nach diesen Angaben und nach dem was gefragt wird, nutzen wir das Gesetz von Ohm. Uri, wenn U gleich R mal I ist, dann muss I U geteilt durch R sein. Wir ersetzen U durch 230 und R durch 120. Und somit finden wir als Stromstärke ungefähr 1,92 Ampere. Das ist die Endantwort auf die gestellte Frage. Die Stromstärke I beträgt ungefähr 1,92 Ampere.